So, weiter geht's mit Let's Play Final Fantasy XVI Ja, während des deutschen Spiels gegen Argentinien Wo es zur Zeit gerade 3 zu 0 steht Obwohl ich eigentlich kein Fußball mag Mag? Nein, das ist Fußball. Auf jeden Fall Wir werden jetzt dem Kontinent, wo das Imperial hausiert Und ich hab vorhin ein bisschen trainiert Und auch mich mit neuen Gegenständen ausgerüstet Und wir gehen jetzt direkt in die Richtung des feindlichen Lachen Das, man, das ist auch ein bisschen parallel Ein Eckart schon in diesem Anschlag Und man, dafür hab ich zwar trainiert, aber es ist echt ein Wahnsinn Dass sie generieren Schaden sozusagen Ein bisschen Jetzt sind wir im Vektor Der Stadt, ähm, wo geht das Haus? Oh, ja, das ist schön Auf jeden Fall, wir sind jetzt direkt bei, ähm, oder im Imperium Ah, kein Wunder, dass es umsonst war 1000 GIL geklaut Super Ich will mein Geld wieder haben, du Du schmarschnase Du schmarschnase Ich bleibe nur hier und meine mich freiwillig in Zertat In der Armee, äh, die unser Doof zerstört hat Wolltest du mich nach, 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 nach Ja 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 Ja, du, du, du Ich sympathisiere mit den Löwen Ich kenne euch Ja Während ich die Soldaten ablanke Klettert ihr von dieser Kiste auf Äh, den Statuen und in das Labor Bereit? Jupp Ich werde krank Weg da Weg dich Viel Lärm und nichts Hey Jupp Danke, lieber alter Regal Jupp Danke, lieber alter Regal Wir sind jetzt im Forschungslabor So Und Und Hier darf das lustig werden Äh, Flammensäge Das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Waffe So Ja Und Hallo Aus So Oh 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 Ich glaube, die Leute unter Thresden kommen von vier Zählersöhnen, die da für die Tröten sind. Ja, Leute, es ist so groß. Ich hasse das. Ich meine, man kann sich zwar ein bisschen freuen oder so, aber das war's dir ja. Aber das ist jetzt zu viel. Hier? Und jetzt? So, ich habe das nicht. So, jetzt sind wir auch hier. Sie sind heute hier. Und jetzt? Und jetzt? Und dann? Ja. Vierter Zinnipps hier eigentlich was wirklich nichts, so dass sich von den Charmen zu wenig ausdrückt hat. Weil der Schadung, die ich hier mache, der ist so lachhaft. Zwar ist das nicht das ist für den Fliegenfurz. Nein! Verkehrter Leute! Neuan! Verkehrter Leute! Extern! Von der! Ja, ich glaube, wir werden wieder zurück, denn die Einführer, die werde ich ja nicht da stehen lassen. Das ist wohl kein Zapp, aber Drops. Alles, was ich finde, muss ja mitgenommen werden. Der Winkel der Schleppstil ist anừng an den Schleppstil. Wir werden mit den Abentecosten einer Schleppstil. Aber hier ... der Schleppstil ... Versuchen die Abentecost gewesen. Aha, eine Tintour. Oh, das ist gut. Tintouren sind dazu da, um MP aufzufüllen. Und die sind nicht gerade günstig, die Sachen. Also da dachte man, würde ich schon mit 1500 Tonnen Höheres holen. Werkzeuge. Oh, das ist so, dass es bloat ist. So ist klar. Oh. Sehr gut. Oh. 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 Das ist aber die letzte Kiste, die da ist. Ich hab's geschafft. Nichts zu hoffen. Okay. Jetzt habe ich uns schon geflogen. So geht's.